Hallo und Herzlich Willkommen hier zu einem neuen Video von mir den Motivideos und auch von mir den Let's Labor. Wir beide werden jetzt heute in dieser Folge, in diesen Folgen, probieren uns eine eigene Tadesbezimmer zu bauen, zu errechnen. Und um diese zu bauen, ähm, ja, brauchen wir irgendwas. Keiner, was? Ähm, ich sehe überhaupt nichts. Juhu, ich hab die Hühnchen. Also ihr müsst echt aufpassen, dass die, dass die kleinen Hühner nicht ertrinken, oder was? Moment! Oh, ich darf keinen Shader anhaben dabei. Die ertrinken. Ja, die kleinen ertrinken. Aber warum? Ah, wir sind jetzt am Arsch. Nein. Wie kommst du raus? Naja, ich bin, ich kann Gehirn einsetzen. Ach, stimmt ja, wir haben. Hier ist die eben wieder nochmal auf Klassik und... Babel. Falsch. Ich setze einfach mal Bird ein. Und hab grad irgendwie rausgefunden, wie ich wechseln kann. Ich hab fünf Eier. Ich zeig dir mal was. Komm mal mit. Warte, hast du noch Stein? Mir fällt grad was ein, wie wir's lösen können mit den Babyhühnern. Moment, ich möchte dir kurz was zeigen. Und Eier sollst du auch nicht werfen, sondern die Promviews für was anderes, Moko. Ich spiel grad mit 92 Fraps. Also kurzzeitig, da steht ja 92, 96, 71, 85. Die liegen hier rum, wenn man die abbauts, bekommt man eins und eins geht hoch. Das ist voll witzig. Moment, aber was ich dir doch zeigen wollte, ist dorthin das Wasser. Das ist sozusagen das Wort. Das ist sozusagen das Wort. Das kann die gar nicht abbauen. Was denn? Die TNT. Doch, baue sie ab. Du, kann ich nicht. Nein? Nein. Und der, ähm, Steve da, der ist etwas, naja, äh... Verpackt. Und, und, und tödlich. Das tut sich voll witzig an. Etwas untödlich. Ah ja, das ist untödlich. Kannst du dich echt nicht abholen? Nein, 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 nein. Stimmt, der ist untödlich. Nein, 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 nein. Du meinst, das hier? Nein, ich kann es echt nicht abbauen. Ich kann irgendwie gerade gar nichts abbauen. Ich habe gerade ein... Total ausweichen, gar nichts abbauen. Ich kann es bei der Welt nichts abbauen. Nein. Doch, jetzt kann ich wieder, komisch. Im Grad konnte ich gar nichts. Aber die TNT kann ich auch nicht. Und manche Erde kann ich auch nicht. Moment. Ich bin gerade eben... Äh, okay. Also steigen kann ich. Ja. 120 Fats. Hey, bist du gerade online? Ja. Dann, ähm, komme... Ähm, ich bin gerade, äh... Also, ich bin nicht online. Ach so. Ja. Also, ich komme zu dir... Du bist online, Voke. Ja, aber gerade im Stand, ich liege auf. Ich bin gerade im Stand, Voke disconnect. War es. Ja, ja, ja schon. Aber ich bin gar nicht disconnected. Guck mal hier drüben. Das ist sozusagen nur das hier eine Flat. Weil wir können hier bauen. Hier, wo das Wasser ist und das Grundgestein. Schön. Und warm ist hier nur ein TNT. Papier ich nicht. Ey. Hast du ein Stein? Oh. Ich hab doch nicht jetzt erst worden. Oh. Was ich witzig finde, ist, dass man mit diesem Teil da auch in die Netto reißen kann. Mit der TARDIS? Ja. 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 Auch ins End. Florian hat unten die Kunst geschaut, wo ich ihm gesagt hab, dass wir, ähm, drei Zaubertüche haben. Ja, mehr als drei. Weitaus mehr. Wir haben fünf. Ja. Wir haben fünf Zaubertüche. So, hier, Alter. 27, 28, 29, 30, 31, 32. Wir müssen hier aber noch irgendwas hochbauen, nicht dass wir die ganze Zeit auf der Erde landen und da Schaden bekommen. Kannst du das Wasser sprengen? Das Wasser möchte ich zubauen. Da kommt man nicht so leicht wieder raus. Aber dann, nein, nein, hier drüben kommst du raus. Hier, wo ich bin, komm ich raus. Oder hier. Tja. Nicht mehr, ich hab's weg, grad was weggebaut, ne? Ne, dreierfläche. Gut. Ab und nach oben. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ne Brutstation für Hühnchen. Äh, was ist nochmal... Was macht nochmal Kugelfisch für eins an? Wenn du... Weiß ich jetzt nicht. Ähm, wenn du Hühnchen brauchst, es haben willst... Keine Hühnchen, hab ich hier oben ne Brutstation grad gebaut. Äh... Wem runter transportieren, setzt man hier. Warte, die geht ne fertige, ähm, Dings aus. Ne, verwarte. Die wird groß. Und zwar größer als die hier. Das siehst du. Hey, du erntest... Nein, nicht ernten. Ich möchte alle einpflanzen. Das ist jetzt sogar eine mehr. So? So, hier? Noch größer. Äh, kannst du bitte wieder einpflanzen? Habe ich schon, Alter. Ah. Danke. So, dann gehe ich mal, äh, nach Hause. Ich glaube, es gibt noch irgendwelche Menschen, die mit dem du wettest, herrschen, ähm, handeln können. Aber ich mag die Welt, da man hier immer alles findet. Gold. Für Schlüssel hab ich auch sogar schon genug Gold. Ja, ja, ich hab vorher geschadet, auch wenn Schlüssel nicht so voll. Nein, nein, wir brauchen ja die Tade. Äh, im... im Haus... ist... Ich mach mal mehr Skelett. Hier ist ein Apfelbaum. Wir... ... dürfen kein Haus aus Holz machen. Du hast es schon wieder abgefackelt. Du Idiot. Ab, wieder hinbauen. Wir haben noch genug Gold. Ja, wo? Ja, in einer Kiste. Moment, ich such mir kurz. Ich brauch... ... Knochen und Pfeile. Also, was brauchen wir, ähm... Wir haben noch genug. Ich hab's deckweiß abgeholzt. Ja, ja, ich hab's gesehen. Oh, Pfeile haben wir vor... ... total wenig, wir brauchen mehr Pfeile. Äh... Oh, das wollte ich jetzt. Ach so, Kugelfisch. Da. Oh, nicht hier drin. Sieht da auch bei Kulass, wenn sich jemand teleportiert. Und da sind noch zwei Pfeile gut. Und warum steht dann immer Joyless the Game? Frag mich nicht. Ich mach mal mehr Skelette. Ah, ja. ich gehe jetzt mal ein paar wisserskeletter und man bräuchte am besten 3 schwert ja wisserskelet nur knochen und sterb ich muss hochrecken aber in letzter worte kannst du ja krassen kannst du dir aus vier sieben und fünf seelen sind ja ich dachte schon ich hab die mir in meinem let's play einfach so umsonst ich sag mal erhandelt und da sagt mir keiner dass ich die ganz einfach aber ist ja zu gut cool hast du gelesen was ich grad bin ich bin verdorrt wie so ein stück gemüse ich glaube wir machen noch einen mod hinzu und dann machen wir ein weiteres auf dem server hier so dass wir unendlich eier kriegen ja ja ich guck zur nächsten folge und schaff ich's geil weißt du wie viel eier ich noch habe obwohl ich nicht im gamemode bin eins eins zwei drei vier fünf wie hab ich gequachtet rat mal fünf fünf ich hab fünf glätte gequachtet ich hab fünf glätte gequachtet ich hab fünf glätte gequachtet ich hab fünf glätte und ich hab immer auch fünf obwohl ich bestimmt vier gefilter draufklicken waypoint plus drücken und ich wundere mich die ganze zeit warum ich nicht hoch regeneriere ich habe schon über 200 mal keulen verloren so 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 komm mal näher und dann kimm mit mir ein paar besophärfte ja Moment hey ich muss nur kurz hier äh dann vor mir gleich eine ganze Horde ja 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 und ich wechsle mal die ansicht von dem zu einem place die kriegen weniger schaden habe ich das gefühl hier bist du gut wenn voll ich blaze gut macht ich mal lieber auf dem platz gefühl ich bin sehr weit am portal gewesen das ist doch echt alle weg guck mal im inventar und wird das kletter kommt fast müssen wir noch mehr sporen wie gesagt freuchte ich den 3 Ei Oh Nein Oh sogar noch vor mir Warum ist denn die so stark? Witter-Effekt Was? Was ist denn zu? Moment ich muss mir kurz das Portal da abspeichern und wenn ich meiner Treibel dort hinkomme Äh Ja ich speichere es mal auch ab hast recht Da brauche ich nicht immer den ganzen Weg laufen Aber wie soll man das abspeichern wenn man... Eins ist draußen Die kommen raus Ich hab auch schon gemerkt Railpoint plus Portal Alt Sind alle weg? Sind alle weg? Da ist noch ein Skelett Ist noch nicht alle weg Ist noch nicht alle weg User in your channel time down Ah Moritz wird da und User entered your channel Hallo Hallo Für uns sind noch welche Okay ich hab... Ich bin noch viel mehr Äh hier ist ein Schau Die müssen... Die müssen... Oh Die sind draußen wieder Ja Ähm Jetzt... Nicht so vieles vorne Ich hab ja gar keine Chance Oh Ich hab ja gar keine Chance Die haben... Die haben... Die haben... Ja... Die haben das geklappt Ja... Frag ich mich auch Was? Was? Habs geschafft. Du kannst nicht wieder reinkommen. Hast du wieder. Ja, toll, aber jetzt sind wir im Vorportal. Was? Nein, komm rein. Jetzt ist der Vorportal in der normalen Welt. Ach so. Alle. Ach so, gut. Ja, hier ist ein Witterkopf. Echt? Ja. Wir brauchen aber drei. Vier brauchen wir. Beim Craften ist das. Ich hab einen. Oh man, vier. Oh, wir wollen die Witter bekämpfen. Hier ist nochmal ein. Da ist nochmal eins. Gut. Also, dass die Eier wirklich, die sind wirklich bisschen heftig, muss ich zugeben. Wenn man nur einen Eikwaffen braucht. Ich falle jetzt grad hier zum Brutal zurück und du bist nicht mehr da. Ich find's grad nicht. Ja, nimm dein, äh, Time-Virus. Ich hab nicht im Netz noch keinen Waypoint gemacht. Ja, aber du kannst ja dein Tandem Ding da nehmen. Hä? Oh ja. Ähm, und wir beenden jetzt die Folge. Ich muss nämlich auch schon Schluss machen. Okay. Was? Dann gehen wir mal Waypoint und... Oh. Ich kann auch einfach Home, den Waypoint Home nehmen, dann komm ich auch sofort hierher. Nein, nein, ich würde es nicht machen. Ich würde es vor die Tür setzen. Weil es kann sein, dass du es falsch hast. Falsche Waypoint, teleportierst und weiter. Ich lege dich jetzt in den Hausaal. Verstehst du? Ist schon richtig so, was ich hier grad hab. Also, wir machen jetzt Schluss. Ja, ich muss nämlich auch Schluss machen, deswegen... Okay. Ich will jetzt alleine auf den Stöpfen fahren. Ich wollte jetzt noch ganz kurz einmal eine Schicht. Die Folge heißt auch Witterskelette bei mir. Ja, dann heißt sie wohl bei mir vielleicht auch Witterskelette. Also, möchtest du jetzt noch Witter... Nein, ich mach mal gleich auf. Nein, du kannst gerne Witterskelette fahren. Solange du nur Witterskelette fahrenst und nicht mehr. Kannst du das gerne machen. Also? Ja, mach ich. Ich will aber eher was anderes jetzt... Wollte ich noch machen, aber jetzt... Das mach ich jetzt nicht. Oh. Oh. Das muss ich jetzt noch besiegen. Was musst du besiegen? Das eine Witterskelette ist voll überhaupt beendet. Oh, das hier ist durch. Ich möchte doch was am Ende machen. Äh, wenn? Und jetzt? Da? Oh! Ach, da ist das. Ich hab's gleich danach gekillt. Keine Angst. Wieso? Ein Bug? Der... Ich wollte das mal auspassen, weil in der Alpha... In der Classic World ist es ja so... Wenn da ein TNT explodiert, dann... Da kommt da diese... Das TNT hat eine Multi... Ähm, als die du hast, und deswegen explodiert das auch hier in der Welt. Nein, nein. Das explodiert... Und dann... Äh, sozusagen... Ein... Ich hab's abgeschlagen. Und dann... Dann explodiert es... Und es fundt ein... Ein... Ich hab's abgeschlagen. Ein Kopf haben wir jetzt schon. Ein Kopf? Das heißt... Du, ähm... Du machst es... Aber... Bitte... Du sammelst sie nur. Du brauchst noch keine TARDIS oder andere Sachen. Nee, ich hör jetzt dann auch auf. Ich suche noch Plugin raus, denn... Und... Ja... Schau, und bis zum nächsten Mal. So... Erső... Richtig?